Hallöchen, ich zeige euch heute einmal, wie ihr bei eurem Hund die Pfeife integriert. Dazu nehme ich mir eine Handvoll Leckerchen, natürlich von unserem geilen Papi, ist logisch, einmal in meinen Beutel. Bewaffne mich mit meiner Pfeife und los geht's. Jawohl, ich laufe mit ihr, Geller. Wenn sie kommt, pfeife ich. Und ab und an bringe ich die Geller im Sitzen, nehme wieder die Pfeife, Futter und rück. Geller. Klasse. Tschüss. Teil 2. Hinsetzen, bleiben. Wir haben uns schon ein kleines bisschen das Bleiben erarbeitet. So, wenn ihr das schon drauf habt mit eurem Welpen, bleiben, die Pfeife, weggehen und hacken. Jawohl. Euer Welpe fliegt auf euch zu. Ihr pfeift, euer Welpe kriegt Futter. Das machen wir nochmal. Hinsetzen über unsere Körpergeste bleiben, die Pfeife. Ja, und der Hund kriegt Futter. Macht es immer so. Laufen, Futter dabei haben, der Hund kommt, bisschen rennen und Futter und Pfeifen. Tschüss. Ruhm. Benut. No, ich maybe das noch. Ich meine Wien. Crimea 9. Für mich. sein morgen. Susanneh. Doom. Vielleicht Predigt auf.